Hallo! Ich glaube, ich war einfach nur hier wegen Leveling. Einfach mal Viecher töten. Andererseits ist es sowieso gut, dass ich hier bin. Denn in der Nähe liegt noch was. Ah ja, mir fehlt noch 1100 Erfahrung noch. Das kriegen wir euch locker hin, hoffentlich, oder? Ja, weil da drüben, da liegt noch was Nützliches für mich. Warte mal, hier Lörker sollte ich doch eigentlich schaffen, ne? Hat mir in der Arena doch eigentlich recht gut festgestellt. Komm, machen wir es mal hin, wo ich es jetzt hin. Ach, da drüben. Ich hab's irgendwie damit. Zack. Das ist jetzt das Blöde beim Nachvertonen. Ich kann das alles nicht so recht nachempfinden. Das Gefühl, während der Aufnahme, während der richtigen Aufnahme, da ist die Nachvertonen ja eine ganz andere, wie ihr wisst. Wie ihr es sicherlich denken könnt. Und boah, ich bin sicher eingedeckt hier von allen. Oh ne, noch mehr plötzlich. Nein! Alter, die Blöde, die müssen doch echt rasen. Alter. Kurz vom Verrecken, Mann. Ey, Blutweh kommt bloß nicht näher. Ich muss das nehmen. Ganz schnell. Heilkräuter. Egal. Entschuldigung. Entschuldigung. Ausgerechnet ist es heute auch ein schönes Klima. Da passt es ja mit dem Blutfliegen. Da passt es ja mit dem Blutfliegen. Und die Tür... Uah! 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 Was ist da drauf hier? Mann! Oh, jene Fresse hier. Oh, jene Fresse hier. Oh ja, die Waldbären. Waldbären, die könnte ich ja... ...recht gut pflücken. Nur aufpassen, dass keine Viecher in die Nähe kommen. Ah! Ich glaube, man sieht es schon. Morgenstern. Oh, voll Auge. Rezept Elixier der Stärke. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Ring haben wir auch noch hier. Alle Ertränke. Die Pilze werden auch noch gepflückt. War da was? Ah ja, da läuft was. Hat mich zuvor noch nicht bemerkt. Sack weg. Hinten noch die Blutfliegen, aber sonst bewegt sich nichts. Aua. Ah, vielen Dank auch. Wie lange ist? Nee. Aber auch jede Menge. Waldbären, Waldbären. Boah, ich habe echt Paras hier, ne? Hier weißt du nie bei Dickerick. Viecher bewegen sich gerne mal hier. Und plötzlich hast du hinter einen... Hast du jemanden hinter dir? Höh! Eine alte Oma, die mit Handtasche nach dir schlägt. Wo so schön Granitsteile drin sind. Nein. Eher Putz. Putzbrocken. Aua. 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 Da habe ich mein... mein Mittagessen gegessen. Haufen Pilze. Oh. Oh, dass sie mein Bewusstsein erweitern. Ähm, alles klar. Das glaube ich nämlich auch. Die Musik, die stimmt einen sofort ruhig. Also mich. Oh, ich kann doch nicht mehr normal springen, ne? Immer muss es direkt die Akrobatik sein. So, ich kann nicht mehr oder uns kein Beispiele kommen. Oh, ich würde das rauskriegen. Oh, ich nehme nur an die Kussine. Ich nehme nur an die Beispiele. Das ist wirklich so schön. Und ich habe nur einen Beispiele. Ich nehme nur ein Beispiele. Wenn das ist, dann wieder alles richtig gut. Und ich habe alles zu schochen. Und ich habe nicht in Ordnung. Wo war denn hier jetzt noch? Ich hatte noch welche aus... Ah, da! Ausgelassen. Das geht ja gar nicht. Hier haben wir schon alle. Ah, hier ist noch ein Strauch. Ach man, zwischendrin hatte ich in der eigentlichen Aufnahme so schön was erzählt und ich krieg das nicht mehr zusammen. Stimmt das ein oder andere, wenn wir nochmal in die Gegend kommen. Aber ansonsten... Ach man... Oh je, heute ist auch sowieso Tag X. Wird die Mutter von meiner Freundin nämlich operiert an der Lunge. Und auf die Hoffnung, dass sie das übersteht. Ja gut, sie sagt mir, es ist ja gut verlaufen. Allerdings... Ich hab irgendwie trotzdem noch meine Sorge, dass irgendwas... Irgendwas unvorhergesehenes eintritt. Nun gut, aber der Anblick der Fichten stimmt mich doch wieder ruhig. Boah, ich mag das so, ne? Hier die... Ich feiere es zu sehr, die Fichten, also... Die gab's noch in keiner anderen Gothic-Mod, oder? Ach ich seh gerade, mir fehlen nicht mehr viele. 341 Erfahrungen. Die durfte ich mit... Ja, hier mit den... Mit fünf von den Scavengern... Ehrlich kriegen, ja. Aber ich genieße erstmal noch den Augenblick hier. Ja, aber... Habe ich mich noch nicht genug umgeguckt, oder gab's wirklich in keiner anderen Mod diese Fichten? Diese Riesen? Zum Glück gibt's die in Rising World, oder jetzt auch in Echo. Oh ja, Rising World LP, das steht ja auch noch an. Aber... Ich hab bald noch einen Umzug vor mir. Und ich werd's dann... Glaub ich wirklich erst danach anfangen. Habe ich dann jetzt einfach mal so beschlossen, weil sonst kommen wir ja gar nicht mehr zu. Andererseits... Ich wollte doch warten... Bis die Vollversion da ist. Ayo! Wir haben grad's am liebkicht. Mal viel ausmachen dürfen die mir nicht. So... 125 nur noch. Oh... Oh... Das ist alles bei mir... Ah! Oh... Shoot! Oh... Immer rechelaten. Ja... Da bist du! Sehr gut. Oh... 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 Mana um drei gestiegen. Ich sag doch, Bewusstseinserweiterung. Ich komm jetzt erst mal noch ein paar Waldbären hinterher. Nee, in den Sumpf geh ich noch nicht rein. Denn das ist schließlich High-End-Gebiet. Vor allem der Name High-End trifft's. Entschuldigung. Aber ihr werdet schon feststellen, warum ich das so sag. Wir gehen noch bald zum Freien. Hier haben wir noch ein paar Goppos. Schaff ich die alle so? Ja, komm. Hals, Nas, Beinbruch. So, aber haben die keine Lust hier, oder was? Zack, zack. So, mein ganzes Müll hier aufsammeln. Ah, die kleine Münze zählt eben. Aber, geh mal hier lang. Ich werd's doch nicht in den Sumpf rein. Aber da können wir schon mal am Rand, an der Schwelle, entlang Streifen, da ist zum Beispiel, ne? Blutfliege, die können wir mal hier, oder zack. Da ist es auch schon tot. Ja. Okay, Flügel nicht nehmen. Sag mal. Ah ja, 10 Lernpunkte. Jetzt kann ich doch, genau, war das Hammond? Ja, ne? Hammond. Ich wollte Schlösser öffnen lernen. Okay, Ratten. So. Hier vor die Ratten konnte ich ja nichts nehmen, aber fliege, du fliegen. Ratten sehen so komisch verformt aus. Ah ja, und jetzt sind wir schon wieder hier. Da haben wir doch gerade angefangen gehabt. Die Fichten, ich mag sie einfach. Wie klappert ihr da? Soll ich mich denn noch eines kümmern? Gar nicht! Das ist mal wieder typisch. Mhm. Gut, dann gehen wir mal zur Festung. Ah, da drüben. Warane. Oh ne, das ist auch noch ein Feuerwaran. Ne, da lege ich mich jetzt nicht mit an. Das könnt ihr knicken, Leute. Das könnt ihr knicken, Leute. was ist denn? Oh. 16 Minuten, ich fang schon an zu gähnen. Again and again. Erhaben die Burka. Da müssen wir auch mal bald hin. Gleich mal zu Berenga gehen, tatsächlich. Da oben die kleine Burg. Ach schön. Oh oh. Ist ja richtig gefährlich. Richtig des Feindes Territorium. Ach ja, wohl andern. Oh ja, hier auch. Oh nein. Das lassen wir lieber bleiben. Die haben abgelassen, wa? Jo. So aus. Ach ja, die Birkenallee, will ich da dazu sagen. Mach ich jetzt extra mal einen Bogen hier. Ach, da ist ja gar keiner. Oh. Ach ja, noch ein einzelner Gobbo ist sicher rum. Der war früher noch nicht da, oder? Habe ich den jetzt einfach nicht sehen können. Hier war es aber voller, oder? Puppi war es mal, ne? Oh, ach ja. Oh, ach ja. Alles. Wzode Sie